Du, du sorgst dafür, dass Dean und Harry untersucht werden. Percy, du schreibst einen Bericht für den Gefängnisdirektor. Als erstes schreibt, dass die Lage unter Kontrolle ist und halte dich an die Fakten. Er liebt es nicht, wenn es zu spannend wird. Und was ist mit dir? Du fällst ja gleich um. Ich pass hier auf, bis ihr alle wieder da seid. Jetzt geht schon, geht. Na komm, mein Junge, wir bringen dich jetzt zum Arzt. Können Sie kurz zu mir kommen, Boss? Das ist kein guter Zeitpunkt, John Coffey. Wirklich kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen kurz zu mir kommen, Boss. Ich muss mit Ihnen reden. Noch nie. Boss, Sie wissen, dass Sie das nicht dürfen. Kümmerst du dich um deine Angelegenheiten? Was willst du, John Coffey? Ich bin nur helfen. Hilf mir! Der Koffer ist kaputt! Hilf mir! Was hast du vor? Hilf mir! Hilf mir! Boss, hauern! Hilf mir! Was ist denn? Boss, hilf mir! Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Was hauen? Was denkt Hilfe? Kommt noch jemand! Boah! John Coffey bringt was jetzt! Kommt noch mal! Dall, halt die Klappe! Oh! 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 Klappe! OhGA! Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Was hast du da gerade gemacht? Ich hab geholfen. Hab ich nicht geholfen. Ich hab's gut gemacht, sonst nichts. Jetzt bin ich sehr müde. Sehr müde. Was? Was hat er mit Ihnen gemacht? 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 Was hat er mit Ihnen gemacht?